In der Frühschicht greift Paul Richter auf Routine-Streife eine blutverschmierte Frau auf, die keinerlei Erinnerung hat, wo sie herkommt. Da die 29-Jährige selbst keine Verletzungen zu haben scheint, muss das Blut von einer anderen Person stammen. Sie sind so einer Wazze angefasst haben, wo Sie das Blut herhaben. Also entweder ist das die absolut härteste Krankheit. Drehen Sie mal, drehen Sie mal rum. So, danke. Ich glaube, das reicht. Denke ich auch. Ja, gut, aber DNA wird ja dran sein. Aber jetzt kann man die wenigstens mal ein bisschen abwischen. Ich tue es mal wieder rüber. So, ich lasse Sie sich gleich mal die Hände waschen. Ja? Glauben Sie, Sie können mir sagen, wo das passiert ist? Weil der Kollege hat jetzt ein paar Spurenträger genommen oder einen Spurenträger genommen. Haben Sie Schmerzen noch irgendwo? Nein. Also grundsätzlich bei einer solchen Menge an Blutanhaftungen stellt sich für uns natürlich immer die Frage, wo kommt das Blut her? Und da bis jetzt keine verletzte Person gemeldet oder zumindest vermisst wurde, würden wir als nächstes mal mit Krankenhäusern sprechen, ob irgendwie verletzte Personen eingeliefert wurden nach einem Verkehrsunfall, nach einem Sturz. Aber man macht sich natürlich im Rahmen seiner Tätigkeit Sorgen. Unterdessen braucht eine weitere Frau dringend polizeiliche Hilfe. Die 31-Jährige vermisst ihren Lebensgefährten, der nach einer Partynacht nicht nach Hause kam. Auch telefonisch ist er nicht erreichbar. Also normalerweise, wie gesagt, er ruft an, er meldet sich ab und er hat mir auch geschrieben, dass er sich auf den Weg macht. Aber ich bin eingeschlafen, er ist morgens nicht da gewesen und reagiert nicht. Der war gestern Abend auf der Feierlichkeit? Ja. Ja? Alleine. Ohne Sie dann. Sie hatten nur telefonisch. Ja, ich hatte gestern keine Lust, deswegen habe ich gesagt, ich bleibe zu Hause. Er hat gesagt, er geht da hin und er kommt danach zu mir. Er hat mir ja noch eine SMS geschickt gestern Nacht, die kann ich auch gerne zeigen, dass er auf dem Weg nach Hause ist. Er hat ihn, ja, dann zeigen Sie mir die mal bitte. Hat er denn ein Handy dabei? Vermutlich schon, sonst hätte er Ihnen ja keine SMS schicken können. Haben Sie mal probiert, darauf anzurufen? Vermutlich auch. Ja. Hier. Hat er mir gestern Nacht geschickt. Schlesien, gut. Aber mach mich jetzt auf den Heimweg bis gleich. Wie lange braucht er denn? Ich bin da tatsächlich eingeschlafen, er braucht so ungefähr 20, 25 Minuten. Wo ist denn die Location? Wissen Sie das? Unter Falkenstraße 13. Ja, wissen Sie was, ich habe eh eine Streife draußen, dann schicken wir die mal da vorbei, dann soll ich mal gucken. Alex, schick mal bitte den 1536 in die Falkenstraße 13. Die sollen mal gucken, ob da ein Jonas Bräunig, wo noch irgendwo da vor Ort ist, der wird vermisst. Der war gestern Abend da und wollte eigentlich heimkommen. Die Nachricht über den vermissten 34-Jährigen erreicht Stefan Sindera und Nesrin Jamann. Da die Beamten an der genannten Location niemanden antreffen, sehen sie sich im Nahbereich um. Mit erschreckendem Ergebnis. Oh oh. Was denn? Wenn das kein Kirschsaft ist, dann haben wir eine kleine Blutflache. Okay, ich würde mal ganz kurz vorschlagen, dass wir uns mal jetzt ein bisschen beeilen und wirklich versuchen, hier reinzukommen. Das ist nicht gut, das ist ziemlich viel Blut, Stefan. Hier liegt, guck mal. Was denn? Hier liegt ein Handy. Kannst du damit noch irgendwas anfangen? Funktioniert das? Nee. Mach doch mal ein Foto davon, das können wir vielleicht auf die Waffe schicken und fragen, ob das vielleicht dem... Jetzt habe ich den Namen Bräunig, Jonas Bräunig. Genau. So. Okay. So, ich funke das einmal kurz durch. Arnold von 1536. Arnold, hört. Hier 1536. Also wir haben uns mal jetzt ein bisschen umgeschaut. Wir haben ein Telefon aufgefunden. Ich habe mal ein Bild davon gemacht. Ich schicke euch das mal rüber und vielleicht könnt ihr ja mal die Amira fragen, ob sie das Handy kennt. Und zum Weiteren haben wir eine ziemlich große Blutlache vor dem Objekt aufgefunden. Ja, mit. Und? Hallo? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall ein Garten. Warte mal, was ist das denn hier? Was ist das? Ich glaube, hier hat jemand ein Messer versucht wegzuwerfen. Und da ist Blut dran. Die Fakten waren hier eindeutig. Die große Blutleiche, das blutige Messer. Hier war uns klar, okay, hier muss definitiv ein Gewaltdelikt auch vorliegen. Da war Stefan und mir definitiv klar, wir müssen so schnell wie möglich in dieses Objekt rein und die vermisste Person finden. Zur gleichen Zeit kann oder will die von Paul Richter aufgegriffene 29-Jährige immer noch nichts zur Herkunft des Blutes an ihren Händen sagen. Unter vier Augen informiert Dirk Ahrens seinen Kollegen über den besorgniserregenden Fund im Vermisstenfall. Die haben eine Blutlage bei dieser Location gefunden. Da ist auch augenscheinlich jetzt erstmal keiner. Also wir hatten kurz gesprochen. Ein Messer haben sie gefunden. Alles im Tatort Nähe, sag ich jetzt mal. Würden wir nicht dafür sprechen, dass hier und die Mutti so... Das kannst du dich, klar. Er wird vermisst. Sie ist blutbeschmiert. Sie ist blutbeschmiert. Wir haben eine Blutlage gefunden und wir haben ein Messer gefunden. Zwischenzeitlich kam bei uns eine Vermisstenmeldung rein. Eine junge Dame vermisst ihren Lebensgefährten. Der soll sich in der Nähe oder an der Location aufgehalten haben, wo wir auch die Celine Lühr aufgefunden haben. Jetzt haben wir eine vermisste Person und wir haben eine Frau vor Ort mit Blutanhaftungen von nicht unerheblicher Menge, die sich zur Sache nicht äußern will oder kann. Das könnte einen Zusammenhang haben. Sagt dir der Name Selina Lühr etwas? Ja, das ist die Ex-Fundle von Jonas. Hö, smash! Während eine zweite Streife, das sichergestellte Handy und das Messer zur kriminaltechnischen Untersuchung bringt, verschaffen sich Stefan Sindera und Nesrin Jamann über die Garage Zugang. Hallo? Ist hier jemand? Ist hier jemand? Ganz sauber zu sein. Ich habe jemanden, glaube ich. Da liegt eine junge Dame. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Alles gut bei Ihnen? Ja. Was machen Sie hier? Wir suchen hier eine Person. Wer sind Sie denn? Theresa. Theresa, haben Sie einen Ausweis für mich? Ja. Unterdessen kommen das sichergestellte Handy und das blutverschmierte Messer auf der Wache an. Paul Richter konfrontiert die fast apathisch wirkende 29-Jährige. Frau Lüder, haben Sie das hier schon mal gesehen? Siehst du das? Haben Sie das Messer nicht? Wollen Sie mal leiser mit mir reden vielleicht? Ich habe so ein bisschen, ich gebe mir das auf den Sack. Ich meine, Sie haben 1,6. Er ist vielleicht nur noch 1,6. Aber das ist jetzt auch schwer. Ich weiß nichts mehr. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Aber erzählen Sie mal, der ist kein Seibel. Sie kommen Ihren Blutverschmiert an. Sie werden von der Polizeistrafe aufrufen. Sie wollen mir nichts erzählen. Dann können Sie mir nicht weismachen. Ich sehe ja, dass Sie mehr oder weniger klar mich angucken können. Mit 1,6 sind Sie jetzt auch nicht unbedingt jenseits von gut und böse. Wollen Sie mir nichts sagen? Ich weiß nichts. Dann bleiben Sie so lange her, bis Ihnen wieder was einfällt. Das Handy nochmal mit. Vielleicht kann die Dings sagen, wo mir das Handy ist. Derweil gibt es neue Erkenntnisse vor Ort. Bei der verkaterten Dame, die die Beamten angetroffen haben, handelt es sich um die Freundin des Bewohners. Die Polizisten sind sicher, dass während der Party am Vorabend unvorhergesehenes Geschehen sein muss. Es gibt ja oft in dem Alter so Eifersüchteleien und so was. Haben Sie da vielleicht irgendwas von mitbekommen? Ja, also Celine war auf jeden Fall da mit ihrem neuen Freund, also mit Erik. Aber Jonas war auch da. Und ich glaube, da gab es auch Streit. Aber genauer habe ich das nicht mitbekommen. Wenn Sie, auf sowas wollte ich ungefähr hinaus. Wie jetzt? Also hatten Celine und Jonas Streit, obwohl Celine mit ihrem neuen Freund auf dieser Party war? Keine Ahnung. Vielleicht liebt der eine oder andere ja noch den Ex. Als wir Zutritt zu der Wohnung dann endlich hatten, konnten wir eine weibliche Person antreffen, die Frau Jansen. Ein Fakt, was uns natürlich sehr wichtig war, war, dass sie auf der Party mitbekommen hat, wie sich Celine und Jonas gestritten haben. Da war uns natürlich klar, okay, irgendwas ist hier vorgefallen. Wir müssen jetzt nur noch herausfinden, was genau. Kennen Sie das Handy? Das ist Jonas' Handy. Gut, das haben die Kollegen vor Ort gefunden. Das ist jetzt so, ja, die haben tatsächlich auch eine Blutlage gefunden und eine Messe. Also momentan, es tut mir zwar leid, aber wir müssen möglicherweise davon ausgehen, dass er irgendwie verletzt ist. Das ist die Frage. Ich weiß nicht. Die Celine-Lühr, die kennen Sie doch. Ich kenne die. Das ist die Ex-Freundin von meinem Freund. Die waren acht Jahre zusammen. Die ist völlig gestört, dieses Mädchen. Die hat die Trennung nicht verkraftet. Die stalkt die ganze Zeit. Die macht nur Stress. Die hat doch bestimmt irgendwas damit zu tun. Wie ist die denn sonst so drauf? Lebt die in der Nähe? Hat die, weiß ich nicht. Welchen Umgang für die... Die hat einen neuen Freund auf jeden Fall. Wie heißt der denn? Erik, Erik Hassler oder Erik auf jeden Fall. Keine Ahnung. Das müssen wir rauskriegen, wenn er hier wohnt. Das müssen wir rauskriegen. Wenn ich kriege, das ist ihr raus. Wir konnten durch die Melderin herausfinden, dass die Frau Lühr einen neuen Freund hat, der Erik Hasselt. Es ist durchaus denkbar, dass die beiden was mit der Sache zu tun haben. Aus diesem Grunde wurde eine Streife an seine Wohnanschrift geschickt. Die bringen uns den jetzt auf die Wache und wir wollen mal sehen, was er zu der Sache zu sagen hat. Vor Ort gibt es immer noch keinen Hinweis auf den vermissten 34-Jährigen. Der Schwimmteich im Garten lässt Stefan Sindera schließlich das Schlimmste befürchten. Also bei mir ist alles sauber. Ja, hier auch. In solchen Momenten, beziehungsweise Polizeieinsätzen, ist es verdammt wichtig, die Person so schnell wie möglich zu finden. Hier zieht wirklich jede einzelne Sekunde. Oh, oh. Was denn? Scheiße. Noch mehr Blut. Okay, ich springe. Scheiße, guck mal, ich brauch gar nicht springen. Oh, nein. Hey. Hallo. Aufwachen. Kollege. Ich hole den RTW. Kollege, wach werden. Arnold von 1536. Hä? Arnold, äh. Augen auf. Hier 1536. Augen auf. Wir haben eine männliche, momentan noch nicht ansprechbar, ähm, hat eine stark blutende Wunde am Arm. Wir brauchen dringend einen RTW. Einmal männlich, Mitte 20, würde ich es behaupten. Schön atmen, ne? Ja, mit dem RTW schicke ich euch. Schön bei mir bleiben. Unterdessen erreicht der neue Freund der blutverschmierten und schweigsamen 29-Jährigen die Wache. Offenbar war er ebenfalls auf der Party, von der ein anderer junger Mann spurlos verschwand. Sie sind nicht ganz ohne Grund hier. Wir haben, äh, mit Ihrer lieben Lebensgefährtin oder Freundin heute Morgen Bekanntschaft machen dürfen. Und sie war komplett blutverschmiert. Ach. Wie auch. Kommt? Ja. Ich weiß auch, wir waren feiern und dann ging es mir schlecht, bin ich nach Hause gefahren. Ja, ich habe sie danach nicht mehr erreicht bekommen. Ich habe versucht, sie anzurufen, aber... Sie haben, gehen Sie mal, trennen Sie mal einen Schritt zurück. Sie haben da auch, äh, was auf der Hose, oder? Was ist das denn? Mir ging es halt nicht gut. Ich habe Nasenbluten gehabt und, äh, wie gesagt, ich bin danach halt nach Hause gegangen, weil mir ging es echt nicht gut auf der Party. War das Blut bei Ihrer Freundin auch, äh, vom Nasenbluten von Ihnen? Ne, sie hat nicht geblutet. Also, sie war nicht dabei. Es fing auch erst an, als ich zu Hause war gerade. Hilfe kommt sofort, ja? Hi. Gut, dass ihr da seid. Hi. Hey, ich habe, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, was passiert ist. Okay. Wir haben ihn hier nur so vorgefunden. Mach mal die Augen auf. Ist kaum ansprechbar. Jonas Bräunig heißt der Herr. Jonas. Mach mal die Augen auf. Wir haben draußen vor dem Objekt, ähm, ein Messer gefunden mit Blutanhaftungen. Also, ich gehe stark davon aus, dass er vielleicht mit einem Messer angegriffen worden ist. Ja, da kann man auch froh sein, dass hier, äh, ein Druckverband drauf ist, ne? Ja, aber... Ja, aber... Ein Druckverband? Okay. Der Sanitäter hat uns dann nochmal auf eine ganz, ganz andere Fährte gebracht und uns wirklich einen entscheidenden Punkt vorzeigen, worauf wir so vielleicht gar nicht gekommen wären. Ist euch mal aufgefallen, dass das Hemd gar nicht dazu passt? Ne, noch überhaupt gar nicht. Wir haben auch keine weitere Person hier angetroffen. Das... Okay. Du, lass mal die Augen auf. Komm. Wir machen hier einen neuen Verband. Ja. Kannst du mir das dann mal vielleicht mitgeben? Ja. Dann würde ich mal ein Foto davon machen. Du wärst einmal bei uns, ja? Der Wache auch schicken. Versuch mal die Augen aufzumachen. Gib mir mal eine Kompresse. Ja. Dass wir direkt drücken können. Arnold von 1536. Hier 1536. RTW vor Ort. Die männliche Person wird jetzt medizinisch versorgt. Und ich schicke euch nochmal ein weiteres Bild. Gibt's mir was? Klar war uns, dass das abgetrennte Kleidungsstück ja nicht Jonas gehört, sondern irgendeiner anderen fremden Person. Wem jetzt genau dieser Ärmel gehört, können wir vor Ort nicht entscheiden, aber hoffentlich die Kollegen auf der Wache. Schon beim ersten Blick auf das Foto, das ihm die Kollegen geschickt haben, ist Paul Richter klar, diesen Hemdstoff kennt der Polizeioberkommissar. Zieh die Jacke mal aus. Zieh die Jacke aus. Zieh die Jacke aus. Nasenbluten haben sie gehabt. Ja. Willst du gleich richtig Nasenbluten kriegen? Was ist denn mit dem Ärmel von ihrem Hemd passiert? Das ist mir vorher beim... Nur die Streife, die sie abgeholt hat, hat ja bemerkt, dass sie die Jacke angezogen haben und da hat sie eine Bluteinhaftung an der Obersache. Das haben die uns ja mitgeteilt. Ja. Deswegen habe ich das auch gesehen. Wir waren auf der Suche nach einem jungen Mann. Und damit sie wissen, was wir wissen, weil ich ja ein fairer Mensch bin, zeige ich ihnen hier nochmal, womit er verbunden wurde. Ja. So Mausezahn. Und jetzt kommen wir mit der Sprache raus. Also dieser Jonas ist der Ex-Freund von meiner Freundin. Das habe ich schon gehört. Das wissen wir. Und wir waren halt feiern und mir ging es halt nicht gut. Erik ist total ausgerastet. Oha, das passiert dir nicht, ne? Nein, ich hatte damit nichts zu tun. Wirklich. 1,6 rasten. Ich wollte nur mit dem reden, kurz vor der Tür. Und dann ist das halt irgendwie... Er ist mir einfach zu nahe gekommen. Und aus... Der sagte, was du gemacht hast. Ich habe ein Messer mitgehabt und dann habe ich... Der hat am Anfang den abgestochen. Das war aber auch nur eine Reflexion. Das war einfach nur Reflex. Ja. Ich habe... Notwehr. Notwehr, genau. Das war notwendig. Er hat gesagt, ich wollte eigentlich Polizei und Feuerwehr rufen, aber er hat gesagt, wenn ich es rufe, gehen wir beide in den Knast. Ja, das kann ich nicht machen. Ich habe den Jonas Druckverband gemacht. Da bin er nicht verblutet. Da war so viel Blut. Ich wollte da noch helfen. Das ist doch nichts Problem. Das ist gar nicht so schlimm. So, einmal vorausgehen. Wir gehen da durch den Flur entlang. Wir nehmen Fingerbrücke, dreh dich um und geh weiter. Wir sprechen hier zum einen von der gefährlichen Körperverletzung. Tatwerkzeug, hier ist ein Messer. Ein Tückesdelikt zu unterstellen ist vielleicht was schwierig, aber das steht noch im Raume. Wir prüfen das. Es wird im weiteren Verlauf entschieden, inwiefern die beiden da wirklich miteinander agiert haben oder ob der Wehr wen angestiftet hat. Schlussendlich werden hier beide zu weiteren Ermittlungszwecken vor Ort bleiben. Der neue Freund, der 29-Jährige, muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung vor Gericht verantworten. Das Opfer hat den Angriff überlebt und befindet sich auf dem Weg der Genesung. Die Ex-Freundin hat eine Therapie gemacht, um über ihre enttäuschte Liebe hinwegzukommen. Das war's.